Purna Swastikasana ist die volle glücksverheißende Stellung. Meistens sagt man einfach nur Swastikasana, aber Purna Swastikasana ist eben das Gegenstück zu Arda Swastikasana, die halbe glücksverheißende Stellung. Purna Swastikasana geht wie folgt. Sitze aufrecht, gib dann einen Fuß oder Vorderfuß zwischen Unterschenkel und Oberschenkel und zieh den anderen Fuß von unten zwischen Unter- und Oberschenkel und so bist du in Purna Swastikasana. Diese Stellung ist für die meisten Menschen etwas leichter als der Lotus-Sitz. Du brauchst nicht ganz so viel Hüftflexibilität dafür und die Stellung gibt eine gewisse Stabilität. Swastika heißt Glücksverheißung und Wohlwollen. Wenn du diese Stellung zum Beispiel für die Meditation einnimmst, dann stelle dir vor, dass du Glück und Wohlwollen Menschen schenken willst und zwar Purna aus der Fülle, aus deinem ganzen Herzen heraus.